Hier haben wir einen weiteren Silberteller aus dem Besitz Ludwig II. In ganz anderer Machart. Das seht ihr von Rosenranken umsäumt. In der Mitte das L mit der Krone und zwei Löwen rechts und links auch mit der Krone. Es ist ein weniger schweres Silber. Vielleicht war es für Obst oder was, ich weiß es nicht. Aber auch in massivem Silber. Morgenlich leuchtend in rosigem Schein. Von Blut und Luft erspelt die Luft. Vor aller Handen, die es landet. Ein Garten tut mich ein. Dort unter einem Wunderbaum von Früchtenreich behangen. Zu schauen im selgen Liebestraum. Washeitster Gange Gange Der Schill und Brühe is Das schönste Heid Näh war in Untertitelung des ZDF, 2020